Heute ist der 26.10.2010 und hier sind die Anzeigen des Tages. Und heute, vor 147 Jahren, am 26.10.1863, wird in London die Football Association gegründet. Damit werden dann auch die Fußballregeln standardisiert. Und die Rüchten zufolge wird die Abseitsregel extra so kompliziert gemacht, damit Frauen sie nicht verstehen und keinen Bock auf Fußball haben. Leider wirkt das Ganze auch beim 1. FC Köln, was schade ist. Und heute hat François Mitterrand Geburtstag. Oh la la, c'est un Jean-Philippe dans la rue, il n'y a qu'à. Tu t'es toujours du yalou, tu qu'est-il la baguette, comme si comme ça ture fait mon ami, allez le bleu. La mer et la chatouille, Brasserie, tout la famille, écoutez, répétez, chansons d'amour, oulala, quelle heure est-il, Jacques Chirac, M.C. Anourac, Le Renaud, François Mitterrand, Chapon. Und noch ein Geburtstag. Liebster Mordport. Mordport klingt irgendwie wie ein schlechter Portwein. Liebster Mopo, der erste Zeitung. Liebster Mordiporti. Ich wünsche dir alles Beste zu deinem 20-Jährigen Bestehen und fordere, dieses am Wochenende nachträglich zu zelebrieren. Ich hab dich lieb und freu mich auf dich. PS, mach dein scheiß Handy an, du Assi. Lieber Carsten, vor einiger Zeit ließest du dieses Kackbuch bei mir liegen. Ein Kackbuch? Weil es wirklich ein Kackbuch ist. Das heißt so, ein Kack. Jetzt hoffe ich, erstens, dass du es den Leibn sich auch ohne deinen Toilettenleitfaden geschafft hast, den Thron einigermaßen sauber zu halten. Und zweitens, dass du dein Buch bald abholen kommst. Falls ich grad nicht da sein sollte, ist es nicht da, wo es hingehört. Neben dem Klo. Dein Tee. So ein Kackbuch von Carsten. So, sehr geehrter Herr D-Punkt, W-Punkt aus K-Punkt. Lieber Ersteigerer des Kinderfahrrads. Ersteigern ist ja schön und gut, aber bezahlen und abholen auch. Das Fahrrad steht jetzt da schon bei uns seit zwei Wochen. Also, zwei Tage geben wir den noch. Danach geht es wieder in den Handel. Also, entweder abholen oder nochmal bieten. So, zum Schluss gibt es wie immer einen Tipp von meiner Oma. Passend zu den ganzen Geburtstagen heute, da gibt es ja bestimmt viele Partys. Auf vielen Partys wird viel getrunken und wo viel getrunken wird, kann viel passieren. Das ist der Tipp. Falls jemand zu viel trinkt. Danke. Falls jemand zu viel trinkt und sich erbrechen muss, Katzen streuen rüber. So, saugt alles tipptopp weg. Alter. Und schwupps, weiter trinken. So, das war es von mir. Wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie es, Patch 22 in der Schillingstraße 22. Sagen Sie es, Patch 22 in der Schillingstraße 22. Die sagen es mir, ich sage es dem Viertel. Jeden Tag 16 Uhr vor der Agneskirche. Wenn Marken ist, so wie heute, auch um 12 Uhr hier auf dem Sudermannplatz. Samstags 14 Uhr vor der Agneskirche. Oder, naja, wer sich nicht rausbewegen will bei diesem scheiß Arschkartenwetter, guckt einfach im Internet www.der-schwarze-brett.de. Das war es von mir. Tschüss. Bravo! Danke. Bravo! Bravo! Bravo!